Endspurt in KW 32 2019 und damit herzlich willkommen beim aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wann wir Dialog Semiconductor hier zuletzt auf dem Tisch hatten und das ist tatsächlich ziemlich genau zwei Monate her, daher lohnt sich der Blick doppelt und dreifach, denn siehe da, seit dem Rücksetzer an den 28er Haltebereich vor zwei Monaten geht es wieder aufwärts für die Papiere. Und das mittlerweile so erfolgreich, dass Dialog der stärkste Wert im Tech-Tax ist, plus 83 Prozent, Schlusskurs gestern, seit Jahresanfang, das ist Platz 1 unter den Tech-Werten. Vorläufiger Höhepunkt des Kursspektakels, das amtierende Jahreshoch bei 41,82, das am 1. August markiert wurde und nun die Benchmark auf der Oberseite darstellt. Denn aktuell stecken wir mittendrin in einem Pullback, das die Kurse noch einmal unter die 40-Euro-Marke gedrückt hat. Das macht genauso lange nichts, wie es nicht noch einmal unter die Haltezone rund um 36 Euro zurückgeht. Wäre das der Fall, könnte es zu einem weiteren Rutsch an die 2019er Aufwärtstrendgrade zwischen 34 und 32 Euro kommen. Selbst da ließe sich aus charttechnischer Sicht noch ein Auge zudrücken, allerdings drücken darunter zwei Haltestellen in den Fokus, die wir nicht mehr so einfach ignorieren könnten. Und das ist einmal die 30er-Schwelle und zum anderen der GD200 mit der 28er-Marke. So, das war jetzt mal das Worst-Case-Szenario. Jetzt kommen wir zur sonnigen Seite des Charts und das ist natürlich die Oberseite. Die Benchmark in Form des amtierenden Jahreshochs hatten wir ja schon. Geht es da drüber, öffnet sich die Tür zum 2017er November-Top bei 44,23. Darüber wäre Platz bis ans 2017er Mai hoch bei knapp 48 Euro. Und im Anschluss wartet die 50er-Barriere mit den beiden markanten Tops bei 52,35. Wobei wir es hier ja mit einem Doppeltop zu tun haben. 2015 stand die Aktie ja schon mal auf diesem Niveau. Will heißen, da kommt dann einiges an Arbeit auf die Papiere zu, wenn Sie denn da drüber wollen. Und damit sind wir auch schon durch für heute und für diese wirklich ereignisreiche Woche. Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über den Daumen hoch. Vielen Dank dafür und Servus bis Montag.